Kein Problem. Jetzt aber erst einmal die Untoten hier aus der Skelett-Crypta vertreiben. Und das Sägewerk hier sichern. Und das Sägewerk da drüben sichern. Auf zum Sieg! Auf zum Sieg! Was? Zum Sieg! Bereit zum Kampf! Kein Problem. Schon erledigt. So, das erklärt auch, warum keiner an das Sägewerk ankommt. Kein Problem. Einfach, weil die Skelette instant angreifen wird, wenn man hier an sich dem Sägewerk überhaupt nähert. Ja, Sir. Zum Sieg! Bereit! 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 Bereit zum Kampf! So, die Skelett-Crypta wird erledigt. So, die Skelett-Crypta wird erledigt. Stadt Bern benötigt Unterstützung. Oh, jetzt ist eine Schwertkämpfer-Truppel zieht jetzt los. Ja, ja, schon erledigt. Kein Problem. Ja, auf zum Sieg! Ich hätte aber gerne das Gold, wenn das da liegt. Schon erledigt. Auch wenn es nur 25 sind. Wird erledigt. Auf zum Sieg! Ja, man merkt halt, die Preise sind jetzt nicht unbedingt so hoch. Zerstört Orkhöhle und wir geben euch 300 Gold. Okay, das ist natürlich auch noch ein neues Geld für die Orkhöhle zu kriegen. Wird erledigt. Auf zum Sieg! Aber ja, dadurch, dass die Städte halt wachsen, also Bern und Maccagar, also wachsen können mit der Zeit, entsteht auf den Karten auch eine gewisse Menge an Leben. Oh, das da ist eine Energiemagierquelle. Schon erledigt. Auf zum Sieg! Wir greifen an! Und das da wird wahrscheinlich nochmal eine Skeletthöhle... Ne, eine Zombiehöhle diesmal sein. Was? Bereit! Auf zum Sieg! Ja, Zombiehöhle zum Sieg! Zombies sind halt wirklich nervige Fernkämpfer. Hm. Also ja, mit dem W scheine ich den letzten Zauber, den ich benutzt habe, wiederholen zu können. Ja. Ja. Bereit. Bereit. Zum Sieg! Bereit. Okay, das sind ein paar Vernuste, die ich jetzt hier hinnehmen muss, durch die vielen Zombies. Schon erledigt. Wir haben die Leichen beruhigt. Die Holzarbeiter können ihre Arbeit zum Wohlen ihres Dorfes und des gesamten Kaiserreichs fortsetzen. Hier ist nur der Anfang. Zuerst das Sägewerk, denn in die gesamte Region und anschließend befreien wir die ganze Welt vom Bösen. Hm, was hatte ich gerade gesagt? Auf zum Sieg! Also ja, erst einmal gucken, dass wir... Schon erledigt. Bereit. Auf zum Sieg! Wird erledigt. Auf zum Sieg! Ja, halt langsam. Du nimmst noch Schaden, was nicht so gut ist. Okay, jetzt halt ihr auch langsam wieder. Jetzt sollten wir kurz verschlaufen. Ach du meine Güte, du bist ein Fatumkrieger. Ja, Höhle der Orks zerstören noch. Oh großer Magier, das Sägewerk ist nur frei von Untoten und niemand muss beschützt werden. Wir stehen euch im Kampf für den Frieden... Wir stehen euch im Kampf für den Frieden unseres Landes zur Seite. Ein zusätzliches Schwert schallt nie, aber nötiger brauchen wir Informationen. Wisst ihr, warum die Orks begannen die Menschen anzugreifen? Nein, wir können uns keinen Reim darauf machen. Bis vor kurzem waren sie noch sehr friedlich, obwohl, wo die nördlichen Berge auf den Sparaktfluss treffen, lebt ein alter Ork, ein Einsiedler-Schamane. Er müsste wissen, was vor sich geht. Und was, wenn er uns plötzlich angreift? Keine Sorge, wir waren kürzlich in der Nähe, seine Behausgut erscheint uns recht normal. Ja. Okay, das ist jetzt ein Magier, der Feuerblitz kann. Was? So, allerdings sollten wir erst mal ein bisschen heilen. Ja, Sir. Ja, Sir. Bereit. So, ein paar Torekrieger. Was wird erledigt? Klingt jetzt nicht ganz so nett. So, Palasine haben die nächste Stufe erreicht. Auf zum Sieg. Auf zum Sieg, kein Problem. Und ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite des Sumpfes dürften wir die Dämonen dann finden. Wird erledigt. Also ja, wir haben jetzt mehr Dämonen, als wir unterhalten können. Schon erledigt. Was allerdings auch nicht jetzt so schlimm ist. So, wir gucken erst einmal, was das da hier hinten ist. Also, machen erst einmal ein Quick Save. Kein Problem. Können wir kurz in den Ladebalken-Spinger gucken. Mhm. Auf zum Sieg. Also ja, mit Quick Saves sind wir, glaube ich, besser mit Dieters ständig den Spielstart zu überschreiben. Vor allem, falls da was bei der Aufnahme schief geht. Wird erledigt. Äh, noch mehr Zombies. Schon erledigt. Das ist also wieder Versteck der wandelnden, toten Zombies. Kein Problem. Schon erledigt. Ich. Schon erledigt. Schon erledigt. Schon erledigt. Also, ich glaube, mit dem Verstecken wäre es mal noch nichts anfangen. Wird erledigt. Kein Problem. Schon erledigt. Außer, dass wir die Zombies, die da gelebt haben, schon mal... Auf zum Sieg. ...vernichten konnten. Ich sehe einen roten Fleck auf der Map. Das wird wahrscheinlich der Zombie-Dinger selber sein. Wenn wir da das da, kommen gleich neue Zombies raus. Hm, mal sehen. Wird erledigt. Das sind Bauern, die Steine beim Steinbruch holen. Okay. Schon erledigt. Ah, Wildschweine. Und ja... Äh, wir warten auf die Punkte, um die Führerschaft auf 5 zu bringen. Dann können wir die Magie auf 5 bringen. Alter Schamanen und die Orkh-Hülle zerstören. Zum Sieg! Wird erledigt. Auf zum Sieg! Und ja, man sieht die Orks, die hier wohnen. Auch wenn das sehr seltsam klingt, wenn ich das so sage. Wird erledigt. Gucken wir mal kurz in... Äh, nee, halt. Ich sollte mich erst um die Orks hier kümmern. Jawohl, Herr! Oh, da drüben sind auch noch Pixies. Tötet sie alle! Oder Geister. Jawohl, Herr! Euer Feind ist mein Feind. So, ich habe Geld für die Orkh-Hülle gekriegt. Ich habe genug, um das noch einmal aufzuwerten. Was haben wir hier? Jawohl, Sir! Okay, den könnt ihr ruhig nehmen. Ja! Und das Gold könnt ihr auch nehmen. Das kommt nämlich meiner Staatskasse zugute. Ja! Ja! Euer Feind ist mein Feind. Die Feen sind da drüben. Schon erledigt. Also, wir können nachher den Weg dann zurücknehmen zur Stadt. Wird erledigt. Wird erledigt. Jetzt wollte ich gerade mal eine Sache gucken hier in der Stadt, nämlich den Zauberer. Nein. Der kostet 1 Führerschaft. Der Magier kostet 2 Führerschaft. Das heißt, wenn wir den Zauberer aufwerten wollen. Euer Feind ist mein Feind. Bräuchten wir erst noch 3 Punkte in Führerschaft. Da wohnt der Schamane. Auf zum Sieg! Bereits zum Kampf! Wird erledigt. So. Bereit! Kein Problem! Tötet sie alle! Jawohl, Herr! Oh, ihr habt's auf die Paladine abgesehen. Euer Feind ist mein Feind. Auf zum Sieg! So, allerdings ist hier nichts. Was halt auch gut ist, dass sie wirklich hier mit der Führerschaft arbeiten und die Führerschaft nicht... ...wird erledigt. ...die Truppen an sich, sondern die Squads berücksichtigt. Wird erledigt. Das heißt, ich kann jederzeit meine Squads auffüllen wieder, auf Max bringen, ...ohne, dass ich mir Sorgen um die Führerschaft machen muss. Gibt ja andere Strategiespiele, wo das halt nicht der Fall ist. So, ich würde aber sagen, bevor wir mit dem Schamanen jetzt hier reden... ...ist es an der Zeit zu speichern. Da können wir unser Let's Play überspeichern. So, und erstmal einen Cut machen. Also, bis gleich.